Ich will nur einen Drink. Ich muss es den anderen sagen. Nein, tust du nicht. Du kannst mir helfen, bitte. Das geht nicht gut für dich aus. Ich will dich nur nicht selbst ans Messer liefern. Daniel, ich flehe dich an. Es tut mir leid, wirklich. Es stimmt, was man sagt. Die Reichen sind wirklich anders. Ich gebe dir zehn Sekunden Vorsprung. Daniel! Eins, ein Tausend. Zwei, ein Tausend. Zwei, ein Halb, ein Tausend. Sie ist der Arbeit, Zimmer! ARD Text im Auftrag von Funk